Wie wir sichtbar geworden sind. Hallo und herzlich willkommen zu GoFanFast, dem ProKarisma-Podcast. Mein Name ist Finn. Schön, dass du heute wieder zuschaust. Äh, zuhörst. Zuschaust. Schön, dass du heute diesen Podcast schaust. Das ist wirklich toll. Nee, äh, hörst. Meine Güte. Es ist tatsächlich ein bisschen später schon am Abend. Ähm, 21.28 Uhr. Jetzt 21.29 Uhr, während ich hier, ähm, diesen Podcast für dich aufnehme. Ähm, da ist mein Gehirn wahrscheinlich einfach schon ein bisschen, ähm, Matsche. Ja, ähm, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder hier zu dieser kurzen, ähm, Podcast-Folge eingeschaltet hast. Ähm, heute möchte ich mit dir besprechen oder dir erzählen, wie wir sichtbar geworden sind in den letzten Jahren. Ähm, der größte Beweis dafür ist, dass hier gerade, also, dass du dir gerade diese Podcast-Folge anhörst. Denn das freut mich total, ähm, denn das ist das Zeichen dafür, dass, ähm, unsere Strategien funktionieren. Ganz häufig, ähm, kommen nämlich Leute zu uns, die sagen, oh, ich bin durch Zufall über eure Seite gestolpert oder ich hab durch Zufall euren Podcast entdeckt. Und ich denke mir mal, wenn du wüsstest, wie viel das braucht, damit diese Zufälle in Anführungszeichen entstehen. Hehehe. Also, zufällig passiert es nicht. Ähm, wenn du diesen Podcast hörst, bist du sehr wahrscheinlich in unserer Zielgruppe. Denn die haben wir definiert. Und das ist direkt das Erste, ähm, was du machen solltest. Wenn du die Entscheidung jetzt getroffen hast, ich möchte jetzt sichtbar werden, dann solltest du dir als erstes die Frage stellen, wen möchtest du ansprechen? Also, wen genau? Nicht einfach männliche Unternehmer, sondern was für Unternehmer? Ja, also männliche Köche und was haben die für ein Problem? Ja, wie alt sind die? Was machen die im Alltag? Haben die Kinder? Ja, mach dir da mal ein genaues Bild. Und vielleicht denkst du, ich erzähl dir jetzt hier gerade Blödsinn, weil, äh, du schreibst ja nirgendwo drauf, äh, ja, ich arbeite mit, ähm, 45-jährigen, ähm, Männern, die ein, äh, ja, die Koch sind und, äh, drei Kinder haben und, äh, in ihrer Freizeit Tennis spielen. Nein, natürlich nicht. Nur, das sind alles Dinge, die dir dabei helfen, diese Zielgruppe noch besser ansprechen zu können. Und wenn du dich von uns angesprochen fühlst, dann ist es nochmal ein Zeichen mehr, dass du in unsere Zielgruppe fällst. Und das ist super, weil dann bist du hier absolut richtig. Ähm, dann haben wir beide was richtig gemacht. Du hast diesen Podcast gefunden, zufällig, und, ähm, ja, wir, ähm, haben den Richtigen erreicht. Und wenn du weißt, wen du ansprechen möchtest, dann musst du dir natürlich mal die Frage stellen, wo sitzen diese Menschen? Ähm, bei uns zum Beispiel sitzen die hier, äh, auf iTunes, die hören sich Podcasts an und die sitzen bei Facebook. Instagram machen wir auch, aber das machen wir nicht so stark. Also, unser Hauptfokus liegt hier auf diesem Podcast und auf Facebook, weil wir da einfach am besten unsere Leute erreichen können. Und jetzt stell du dir mal die Frage, wo kannst du denn deine Leute am besten erreichen? Das sind die ersten Steps, die wir bei uns, ähm, in unseren Kursen erarbeiten, nachdem wir das ganze Selbstbewusstsein durchhaben. Ja, also, das kommt natürlich an allererster Stelle, dass man mal dich auf ein Level bringt, in dem du bist, ja, äh, hm, 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 also, äh, ich möchte jetzt nicht das F-Wort sagen. Hack, ja, ich will jetzt raus in die Welt, äh, mit, äh, und möchte jetzt endlich sichtbar werden mit meiner, ähm, tollen Dienstleistung. Und, ähm, ich hab was total Geniales zu geben, ähm, das ist mal das erste Level, was wir mit dir erreichen werden. Und dann geht's natürlich einfach darum, ähm, zu schauen, okay, wo kannst du jetzt sichtbar werden? Oder wo möchtest du sichtbar werden? Was sind selber die Sachen, die dir Spaß machen, die du nutzt oder nutzen möchtest? Aber natürlich einfach auch, wo sitzen deine Leute? Das solltest du dir, ähm, unbedingt, ja, solltest du dir unbedingt diese Frage stellen. Und dann sind wir eigentlich schon beim Thema, weil, was machst du denn, wenn jemand, oder mal andersrum, angenommen, jemand hat eine Phobie vor Spinnen, und dann kommt der jetzt zu jemandem, der, ähm, ja, Spinnenphobien wegmacht, mit Coachingmethoden zum Beispiel, und, ähm, fragt denjenigen, hey, sag mir mal, wie kann ich meine Phobie wegbekommen? Was würde derjenige ihm raten? Hey, buch mich. Und das ist das, was ich dir jetzt auch rate. Buch uns. Wenn du sichtbar werden möchtest, und wenn du mit deinem Charisma nach draußen möchtest, dann gibt's im deutschsprachigen Raum, oder auf der ganzen Welt, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, niemanden, der das besser kann, als wir. Und deshalb wollen auch so viele mit uns zusammenarbeiten. Und deshalb können wir uns auch aussuchen, mit wem wir zusammenarbeiten wollen. Denn wir schauen nicht nur, dass du sichtbar wirst. Wir schauen, dass du charismatisch sichtbar wirst. Dass du nach draußen gehst mit einem Sog-Marketing, mit einer Sog-Anziehung. Dass die Menschen fragen, hey, hast du da was, ähm, hast du da ein Seminar zu, kann ich was bei dir kaufen? Denn das ist tatsächlich keine Traumvorstellung, sondern das kann dir passieren. Und das wird dir passieren, wenn du die richtigen Schritte gehst. Und den ersten Step, den du dazu machen musst, ist zum Beispiel in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe zu kommen. Geh gerne mal auf pro-charisma.com slash Facebook-Gruppe oder klick auf den Link in den Shownotes und dann lade ich dich herzlich ein, mit in diese Facebook-Gruppe zu kommen. Da halten wir wöchentliche Live-Coachings, da hast du eine Community zum Austausch und bekommst einfach von uns ganz, ganz viel Input zu diesen Themen. Denn den Weg, den du vielleicht gehen möchtest, den sind wir in den letzten Jahren gegangen. Und deshalb kennen wir ihn so gut. Und wir sind mit den Ängsten vertraut, die die Leute haben. Wir werden immer gefragt von unseren Teilnehmern, warum wir auf alles eine Antwort haben, auf jede Frage. Und die Antwort liegt klar auf der Hand, weil wir schon alles gesehen haben. Es gibt nichts im Charisma-Sichtbarkeits-Online-Bereich, was wir noch nicht gesehen haben. Einfach dadurch, dass wir es selber schon ganz lange machen. Aber auch, Mama hat 2009 ihr erstes Webinar gehalten, das musst du dir mal überlegen. 2009, ist fast zehn Jahre her tatsächlich. Und einfach, weil wir schon ganz viele Menschen dabei betreut haben. Und das ist der Grund, warum wir da auf alles eine Antwort haben. Ja, also buch uns, lass uns telefonieren und lass uns herausfinden, ob du der Richtige für uns bist. Und komm in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe. Das ist mal der erste Step, den du machen solltest. Komm in die Facebook-Gruppe, dann lernen wir uns mal persönlich kennen. Das sollte mich freuen. Und ja, wenn es dir gefallen hat, bewerte diesen Podcast gerne mit fünf Sternen. Du kennst es, Spektakel ja. Lass uns auf den Social-Media-Kanälen connecten. Und dann, verdammt, ja, jetzt geh einfach mal diesen Schritt. Und freu dich drauf. Klicke auf den Link, komm in die Facebook-Gruppe. Da erwartet dich wirklich jede Menge cooles Zeug. Also, ich wünsche dir einen genialen Tag. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Finn. Dein Finn.